Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Transport Viver 2. So, ich hab mal einen kleinen Plan gemacht, was wir diese Folge so schönes machen können, beziehungsweise schon mal anfangen können. Äh, ist auch gerade auf Pause, warte mal, ich kann ja wenigstens mal Play machen. Ähm, und zwar würde ich gerne die Waren in Machtburg, ähm, endlich eintrudeln lassen. Und ja, wir haben eine wunderschöne Warenfabrik direkt neben Machtburg. Die könnten wir eigentlich echt gut einbinden. Das Problem ist nur, die Waren benötigen. Zum einen erstmal Kunststoff und, äh, ich glaube Stahlträger, oder Stahl? Genau, Stahl. So, Kunststoff. Kunststofffabrik hätten wir mal, oder Chemiefabrik hätten wir gleich hier nehmen. So, das braucht aber auch alles wieder Öl. Und, naja, unsere Ölquellen von hier unten sind, äh, oder beziehungsweise hier, die ist ja schon relativ gut ausgelastet. Die werden wir auch definitiv brauchen für den Treibstoff. Das heißt, wir müssen hier, hier und, äh, keine Ahnung, vielleicht da, ja, ähm, die Ölquelle anzapfen. Äh, müssen wir mal irgendwie, irgendwie schauen. Ich hab mal überlegt, wir könnten von hier nach hier gehen, äh, dann Einzug hier runterfahren lassen. Und dann Einzug, keine Ahnung, äh, Einzug hier ranfahren. Boah, guck mal, der Weg ist halt total, naja, unschön. Wir nehmen mal das Wort unschön, weil hier einen Zug fahren lassen, äh, ich glaub, das ist nicht gut. Ich glaub, das ist nicht gut. Ich meine, von hier, guck mal, wir könnten ja, weißt du, was so mein Plan ist? Also, wir gehen da mal, wir fangen hier an, ja. In Erlen, Vasen, Ölquelle, fangen wir an. Fahren mit dem Zug hier rüber. Fahren mit dem Zug hier rüber. Und fahren dann, eventuell, machen wir hier eine Autobahn hin. Ähm, oder eine Straße, eine vernünftige Straße. Äh, könnten wir rein theoretisch... Äh, ich überlege gerade, wie man es am besten machen. Könnten wir, könnten wir den Kunststoff hier rüberbringen. Und, dann sagen wir, wir nehmen hier den, den großen Zug, den großen Treibstoffzug. Den, den rüsten wir noch ein bisschen auf, sodass der quasi, ähm, Treibstoff einmal da unten mitnimmt und der noch mal extra Waggons hat, nur für die Waren. Weißt du, damit er die, guck mal, hier brauch ich, auf dieser Strecke brauch ich keinen extra Zug bauen oder hinpacken. Das wäre Quatsch, ja, für diese 10 Meter oder gefühlten 10 Meter, ja. Ähm, da könnte auch dieser Zug mitnehmen. Und ich glaube, das macht auch Sinn. So, pass auf, das heißt, wir fangen schon mal erstmal an, ja. Ähm, wir brauchen hier einen Bahnhof und der geht dann erstmal hier rüber nach Winkwitz, ob sich das nennt. So, hier haben wir einen wunderschönen Berg. Das wird natürlich schön, warte mal, in welche Richtung ungefähr? Äh, da hin. Also können wir ruhig die, die Form anpeilen, ja. So. Ähm, Gleise, das, ähm, ich nehm mal hier trotzdem einen Durchgang, äh, einen Durchgangsbahnhof. Äh, vier Gleise, sehr lang, Oberleitung, ja. So. Die Richtung können wir anpeilen. Und ja, ich spiele das Spiel immer noch mit einer Hand. Das ist meine, meine Challenge für die nächste, für das nächste halbe Jahr. Dass Däumelin-Chi quasi wieder fit ist. Äh, aber ich denke mal, dafür, dass ich das alles hier gerade mit Link spiele, das hört sich vielleicht überheblich an. Aber nein, soll es nicht sein. Ähm, ich denke mal, dafür ist es halbwegs ganz gut, oder? Ich denke mal, das kann man, äh, äh, sehen lassen. Nehmen wir ihn hier für die Straße, die hier, oder? Hallo? Soll ich jetzt eigentlich schlossen? Ja, da ist die Verbindung. Okay. Äh, warte mal, ne, Trammgleis will ich hier nicht haben. Was soll ich hier hinten mit einem Trammgleis? Das wäre ja, glaube ich, Quark. So, den Bahnhof haben wir. Jetzt wollen wir hier rüber gehen. Ja, vielleicht können wir hier später auch nochmal was anschließen, weil ich glaube, wenn ich mich nicht täusche... Ne, da nicht. Ne, gut, ich hab mich getäuscht. Ich hab gedacht, hier hinten gab es auch nochmal irgendwo Öl. Aber nein. So, gut, dann brauchen wir jetzt einen Bahnhof hier hinten. So, das Problem ist aber... Ähm, wir müssen... ...den Bahnhof so ausrichten, würde ich sagen. In diese Richtung. Damit wir einmal hier anschließen können und da wieder zurückfahren können. Glaube ich jedenfalls. Keine Ahnung. Ja. Ähm, so. Zack, dann drehen wir uns das ganze Ding mal. Das ist halt wirklich schwierig, ja. So, würde ich vielleicht sagen. Ich glaube, oder? Ja, ich glaube, so kann man das... Ich glaube, so kann man das verkaufen. Also, ich hatte erst auch überlegt, ihr habt gerade Zwecks... Ich weiß, vielleicht nerve ich jetzt auch schon wieder ein bisschen mit Däumlinchen. Ähm... Ich hatte erst überlegt, ob ich das Projekt so lange komplett pausiere, bis der Daumen wieder fit ist. Aber wollte ich auch nicht machen, weil das dauert echt noch ein Stück noch ein gutes halbes Jahr. Bis der wieder komplett im Schuss ist. Und, äh, so lange wollte ich jetzt auch auf die Videos auch nicht verzichten, also allgemein nicht verzichten. Ähm, es wird auch sehr viel gefragt, was ist mit Fortnite? Ja, gut, äh, das Thema Fortnite hat sich erstmal auf jeden Fall erledigt. Also, so viel kann ich euch definitiv versprechen. Das hat sich erstmal erledigt. So, hier braucht man auf jeden Fall noch einen Bahnhof. Und, ähm... Müssen wir mal gucken, wie wir hier rüberkommen. Weil hier ein Bahnhof hier... Naja, gut, wir könnten hier eine Strecke legen. Das hier vielleicht. Können wir das Eisenbergwerk vielleicht noch anschließen? Müssen wir mal schauen, ehrlich gesagt. Ja, das heißt, komm, wir pass auf, wir bauen jetzt hier schon mal einen Bahnhof. Wir schließen hier einen Bahnhof an. Das müssen wir sowieso machen. Guck mal, hier ist überhaupt gar keine Straße verbunden, ne? Auch sehr merkwürdig. Naja, gut. Ähm... Hier schließen wir definitiv einen Bahnhof an. Und ich würde den auch gleich... Guck mal, können wir den gleich direkt anschließen. So. Ich hoffe, das sieht nachher aus. Also, das sieht gut aus, meine ich. Nicht, dass das so scheiße aussehen soll. So, ähm, gut. Pass auf, wenn nicht, lasse ich wieder einen kleinen Timelapse oder sowas laufen, während ich hier baue. Und, ähm, ja. Ne? Gut. Ich würde sagen, bis gleich. 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 Ich glaube, jetzt haben wir es. Es ist vielleicht jetzt kein Kunstwerk geworden. Aber ich denke mal, so ist das erstmal. Äh, okay. Pass auf, dann müssen wir jetzt Linien erstellen, dann müssen wir Züge kaufen. Warum haben wir so viel Geld, warum haben wir so viel Geld, achso, weil wir so viel, ich glaube, das war alles ziemlich teuer gewesen, ja. Auch hier diese fetten Brücken. Ähm. Ich glaube, ich glaube, das war alles ziemlich teuer. Ich würde gerade sagen, guck mal, wir haben nur noch 17 Millionen, das ist ja nix mehr. Aber, komm, wir müssen ja immer neue Linien erstellen. Und zwar einmal von hier nach hier. Das ist eine Route, das ist eine Route, da werden wir auch wieder einstellen. Hier, du kannst warten, fünf Minuten und die Linie... Ach du Gott. Das ist Rohöl 3 denn, ja, mittlerweile. Okay. Rohöl 3, zack. Ähm, nach Ö2, ja. Ähm, Ö2. So ist das richtig, ja. Genau. Hupp. Dann haben wir die Linie, das ist gut. So, jetzt machen wir die Linie. Ähm. Das ist... Ö2. Nach. Äh. Äh. Kunststoff, ja. Ö. Kunst. Stoff. Eins. Ich nenne das... Ja, ich nenne das einfach mal Kunststoff eins. So. Gut, die beiden Routen haben wir. Das ist schon mal ganz nice. So, jetzt werden wir aber erstmal hier die... ...Zug hier kaufen. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder sehr, sehr viel. Das heißt, äh, wir werden... ...das Krokodil nehmen. Und wieder sehr, sehr viel Kesselwagen nehmen. Wie viel Geld haben wir aktuell? 21 Millionen. Ich würde schon sagen... ...ruhig eine Kapazität von 252. Erstmal, ja. Ach so. Ich muss ja noch sagen, welche Route, ja. Ähm. Ruhe 3 zu Ö2. Go. So. Sollte er eigentlich jetzt keine Probleme haben, da zu fahren. So, wir haben... Ey, wir haben nur noch 2 Millionen. Wir haben jetzt 40 Millionen in dieser Folge ausgegeben. Alter. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus hier mit, äh... ...mit Treibstoff? Läuft jetzt Treibstoff besser? Wie sieht's aus, machte Bock? Hä? 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 60 Prozent? Wie sieht's aus, Rosswein? 80 Prozent? Das sieht doch erstmal ganz okay aus. Ähm. Du hast Öl auf jeden Fall erstmal genug. Ist hier noch genug im Lager? Nee. Oh! Oh! Die werden trotzdem noch nicht versorgt. Obwohl hier... Alter, hier kommen grad die 2 Megazüge an, ja. Du hast auf jeden Fall voll. Und du hast auch voll. Okay. Sehr gut. Hier kommt jetzt der große Zug. Der nächste große Zug. Ja, der muss ja mal hier Schlangenlinien fahren. Der ist jetzt noch arsch langsam. Wenn er aber hier aus dieser Schiene quasi raus ist, dann geht's ab. Pass auf. Das geht gleich ab. Der geht gleich... Der geht gleich steil nach oben. Ähm. Jetzt! Geh steil nach oben! Ja. Ihr seht, ähm... Die Begeisterung ist, äh... Grenzenlos. Gut. So. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. So. Denn... Ich würde sagen... Komm, pass auf, denn... Ich bin dann überlegen, ob wir das hier in einen... Zug... Tätigen. Weißt du, diese Strecke hier. Diese Strecke in eins tätigen. Geht das überhaupt... Ist das möglich? Hm. Warte mal, wir können mal ganz kurz bei... 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 Bei Cargo gucken. Das heißt, wir bräuchten hier Waggons für den hier. Und wir brauchen Kunststoffwaggons. Das sind die hier. Äh... Ja, 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 ja. Und der könnte dann auch später... Waren mitklatschen. Okay, das wäre also machbar. Das heißt, wir bräuchten einen Zug, der das hier... Also diese Waggons hat und diese Waggons hat. Hm... Ja, ich glaube, das ist machbar. Obwohl ich überlegt habe, ob ich hier noch einen Bahnhof baue und den hier noch so anschließe. Ich bezweifle, dass wir hier auf 125 kmh kommen. Warte mal, kann ich da... Ich meine, Geld haben wir jetzt gerade... Oh doch, na gut, wir haben 16 Millionen. Ähm... Ich überlege gerade. Was ist, wenn ich es einfach mal probiere? Uh! Boah, ich glaube, zu weit weg. Zu weit raus, sie scrollt. Was ist, wenn ich es einfach mal probiere? Warte mal, bis hier würden wir noch 120 kmh hinkriegen. Also ich will nur mal ganz kurz gucken, ja. Bis dahin geht 120 kmh. Und was ist, wenn ich es jetzt einfach hier anschließe? Gut, ich meine, ja. Ah, blockiert jetzt, äh... Die eine oder andere Ecke. Ich bin wirklich an dem Überlegen, ob wir hier noch... Nämlich noch einen Bahnhof hinbauen, weißt du? Das würde sogar gehen. Ich meine, ja gut, hier ist eine Kollision. Das war aber klar. Aber bis hierhin geht auch noch 120 kmh. Und hier geht auch noch 120 kmh. Also das heißt, wir würden hier eine coole... Einen coolen Bogen hinkriegen. Das wäre machbar. Das heißt... Äh... Wieder Cargo. Äh... Und hier einen Bahnhof hinbauen. Ja? Und hier könnte man später das hier mit LKWs verbinden. Das wäre definitiv möglich. So, das heißt, wir müssten jetzt hier... Einen coolem Bahnhof hinbauen. Wir müssten natürlich... Keine Ahnung, hier irgendwie drunter gehen oder so? Ich weiß es noch nicht. So, warte, noch einen nach der. Alter, das Gelände ist aber total unehm, ja? Aber so richtig krank unehm. Warte mal, dann müsste ich den jetzt komplett, glaube ich, drehen. Damit er besser angeschlossen ist. Also 120 kmh ist auf jeden Fall noch möglich. Das ist gut. Ähm, Straßentechnik. Warte mal. Ist der... Ja, doch, der ist noch angeschlossen. Super. Okay, das war jetzt das große Ziel, was ich hatte, ja? Ähm, so, warte mal. Gleise... Ähm... Da habe ich das Gleis genommen. Das werde ich einfach... Hier auch nehmen. Weil... Vielleicht kommt hier doch irgendwann mal was ran. Das weiß ich absolut noch nicht, ne? Ähm... Diese tief vergrabenen Schienen, die sehen irgendwie immer doof aus. So. Ja, und das ist ja aktuell nur Durchgangsverkehr. Jetzt müssen wir... Den hier... Warte mal, ob die Folge... Ah, okay. Noch ein bisschen Zeit haben wir. Und hier bin ich an die Überlegung, ob wir hier durch diesen Tunnel gehen. Wenn es geht. Ich weiß es halt noch nicht. Wenn dieser Zug hier durch diesen Tunnel gehen könnte. Ja, das geht. Hier durch den Berg mit einem kleinen Tunnel. Das ist gut. Das gefällt mir. Ich glaube, das würde ich sogar... Warte mal, warum ist hier nur 90? Ach, das ist 90. Ah, alles klar. Okay. Ja. Ich kann es ja mal so bauen. Und jetzt gucken wir mal. Dass wir hier halbwegs mit hoher Geschwindigkeit hier rüberkommen. So. Ja. Und jetzt hier irgendwie hier andocken. Oh, das geht sogar. Nice! Oh, nice. Das geht sogar. Okay, machen wir auch so. Oh, ist das geil. Huch, warum mache ich jetzt Pause gemacht? Voll pleb. Oh cool, das geht sogar. Nice. Ist das herrlich. Gut. So, das heißt... Ist eigentlich dieser Zug... Was macht der eigentlich den ganzen Tag? Bist du schon voll? Ach, nee. Ach, du lädst immer noch voll. Alles klar. Ja gut, das muss ja mal alles in Gang gekommen, ja. Das muss ja mal alles in Gang gekommen. Aber guck doch mal, was das hier eine... Megageile Strecke ist von da nach da, nach hier, nach da, nach da... Rinn in den Aal. Oh, ist das cool. Was gibt's denn hier Schönes? Oh. Oh. Klasse. A3 Flying Scotsman. Oh, Scotsman. Ja, cool. Das gefällt mir. Pupp. Ah, hier ist noch was im Lager. Alter, das Ding ist voll. Okay, Produktion geht noch ein kleines bisschen, aber der geht langsam an seine Grenzen. Das finde ich nice. So, wie sieht's denn hier aus? Rosswein. Okay, hier stapelt sich nämlich schon so langsam. Das Ding ist an. Warte mal. LKW. LKW werden jetzt irgendwie, kommunerweise, über Trams laufen. Was ich überhaupt nicht verstehe. Nee, guck mal, die gehen noch hier. LKW, machte Bock. LKW, Brot. Okay, das zählt unter Tram. Wahrscheinlich, weil die Straße Tram ist, auch so. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall hier diese Route, die brauchen wir. Quasi hier diese Route, die brauchen wir. Und hier will ich gerne die Fahrzeuge verwalten. Ähm. Zum einen können wir mal... Habe ich nicht alle ausgewählt? Zum einen können wir ja mal gucken... Warte mal. Nee, schatz, hier irgendwas. Äh, zum einen können wir ja mal gucken, ob wir hier neue LKWs mittlerweile schon haben. Äh, Kacke. Welche nutzen wir? Wir nutzen aktuell die hier, glaube ich, ja. Okay, hab ich jetzt einfach mal geklont. Jetzt haben wir acht Fahrzeuge davon. Äh. Ach, von hier oben kommen die. Haha, nice. Nicer, nicer. So, die haben alle Langeweile hier, machte Bock. Ne, gut, das kommt noch. Das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch. Ähm. Wie sieht's denn hier aus? Okay. Ich muss ja mal hier nur wieder mal kontrollieren. Okay, der produziert volle Kanne, das ist gut. Äh, dieser Zug bringt das erste Mal Öl hier runter. Und jetzt sparen wir richtig Geld. Und holen uns einen richtig schönen, dicken Megazug, der quasi das Öl zur Chemiefabrik bringt. Von da aus, ähm, den Kunststoff, den fertigen, hierhin bringt. Und dann kümmern wir uns um den Stahl. Ne? So tun wir das. Aber das tun wir dann in den nächsten Folgen. Dankeschön fürs Einschalten. Dankeschön fürs Zuschauen. Nochmal fürs Einschalten. Und dann bis zur nächsten Folge. Hauen sie rein und tschüss. Dann bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018